Die Sekundäre Quest? Wo können wir dir gehen? Ich weiß gar nicht. Wo das mehr war. Wir müssen uns hier erstmal rein. Und da mit dem Typen sprechen. Nein, die Sekundäre. Was da? Über Maler. Über Maler. Ich will euch doch nur wagen? Sie sind auf dem Weg zu Amonlu. Schade Kreaturen kommen durch. Wir haben sehr viel Spaß gemacht, ich denke. Celia is hunting the road mage. North, once through the door. Ich danke euch. Kirani. Kennt ihr einen anderen Weg? Hoffe ich auch. Ja. Spiegel speichert. Auf der Suche nach Celia. Celia. Ne. Da. Quartiermeisterin. Olara. Schau. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Nahrung. Hm. Danke. Mordenerlösung. Wollen wir die Morden vergiften oder... Essen geben? Hm. Ich glaube wir geben die Essen und gucken ob es uns was hilft. Ich habe die zwar immer vergiftet, aber neu mal. Ein bisschen anders. Ich spiele genauso wie ich Joren dabei habe. Und den... Blutmagier den ich irgendwann finden werde hoffentlich. Wenn ich da irgendwann vorbeilaufe. Zentral. Besten. Besten. Äh. Frau. Mal gucken. Wo die ist. Ja. Ja. Eigentlich theoretisch hätte ich auch Teleporter benutzen sein. Ich bin dumm. Bei dem Mordenlager. Und naja. Mal schnell hinlaufen. Laufen. Und laufen. Laufen. Und laufen. 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 Und laufen. Hoffentlich sind wir bald da. Ja. Jetzt können wir es endlich abgeben. Hoch. Tal. Jetzt können wir uns nicht verstanden. Es ist nicht passiert. Wir müssen wissen was geschieht. Wir müssen uns wissen was passiert. Und wenn du vorst. Ich kann dich nicht schmerzen. Ich kann dich curb. Ich kann dich nicht stoppen. Übermachst. Durch die Kraft von deinem Blut, sprich mit uns! Auf welchen Grund verabschiedet ihr mich? Es ist ungewöhnlich. Dein Blut verabschiedet dich. Das ist ein gefährliches Spiel, du spielst mit dir. Was ist falsch mit uns? Raul, Valdez sollte dir mehr Blut verabschieden. Sie können nicht mehr schützen. Ihr könntet euch verabschieden. Entschuldigung, mein Freund. Das ist nicht was wir tun. Die Erde... Die Erde... ist... Schild kriegt er... Knochen... Ich habe aus Rezeptur... Schild... Oh, die ist nice! Aber jetzt auch nice. Aber 30 Stärke... Schaden... Das ist Jungs der Fall... Oh, ja... Nachkampf 40... Fast... 3 Punkte... 2 Punkte... Und jetzt kann man wieder zurücklaufen. Was ist eigentlich der nächste? Ich glaube mal hier ist es kürzer... Für mich... Für durch... So... Und ich glaube, wenn wir das haben, müssen wir jetzt... Trujaden posten... Und ganz am Anfang... Zur anderen Richtung... Ne, das... Ich glaube, das ist jetzt ein Sumpf, was jetzt kommt... Sumpfes... Landschaft... Gegend... Glaube ich... Muss nicht sein... Aber ich glaube es... Zu... 80%... Oder einfach mal im Wald... Nicht mehr die Wüste... Was jetzt gleich kommt... Wumm... Weg so ein paar... Na so ein paar... Und... Hier die Quests abgeben noch schnell... Lalalala... Da gehen wir mal die Quests ab... Und dann... Müssen wir hier runter... Weiß gar nicht ob wir die Maus sieht... Ich muss da mal wirklich drauf achten... Ob man wirklich die Maus entnehmen sieht... Ich glaube aber schon... Thomas... der Händler... Ich habe es hier... Stattel... Ich habe es hier... Stattel... 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 Der ist hier... Stattel... ... verdient. Salve Rezeptur. Wie ein Händler ist er jetzt? So, was abgegeben. Und... ... jetzt geht's zur anderen Richtung. Aber... ... bevor ich hier weitermache... ... sage ich erstmal Tschüss Leute. Das war's wieder. Die nächsten Part kommt's wieder am nächsten Tag oder... ... irgendwann mal gucken. Tschüss!